Die Bergkristall stammt aus der Designreihe und überzeugt mit ihrer einzigartigen Optik. Die hochwertige Stickerei auf Alcantara ist exklusiv nur bei Original Kärntnerland erhältlich und diese hebt sich beim Modell Bergkristall perfekt vom Schiefergrau gebeizten Gehäuse ab. Das gestickte Logo und die traditionellen Edelweiß-Enzian-Motive sind bündig ins Gehäuse eingearbeitet und sind ein echter Blickfang. Passend dazu der schlichte, naturweiße Leinenbalg mit dunkelblauen Balgstreifen. Eine hervorragende Klangqualität garantieren die Tipo Amano 1A Konzertstimmzungen und die kräftigen Helikonbässe. Serienmäßig ist die Bergkristall mit dem X-Bass und zwei Halbtönen in der ersten Reihe ausgestattet. Die ebenfalls serienmäßigen echten Hirschhornknöpfe auf der Melodie- und Bassseite sorgen für ein perfektes Spielvergnügen. Liebe Harmonikerfreunde, ein herzliches Grüß Gott aus dem Harmoniker-Pavillon der Familie Schwarz in Mollen. Mein Vater Karl und ich dürfen Ihnen heute das aktuelle Kärntnerland-Modell Bergkristall aus unserer Designreihe präsentieren. Das Modell Bergkristall beeindruckt mit ihrem einzigartigen optischen Flair. Das Seidenmatte, schiefergrau gepeizte Fichtentonholz dient als Basis, wie man hier sieht. Es hebt die hochwertige Stickerei auf Alcantara bestens hervor. Diese traditionelle Edelweiß-Endzern-Stickerei ist bündig in das Gehäuse eingearbeitet und verleiht der Bergkristall ihre ganz persönliche Note. Der naturweiße Leinenbalg, den man sieht, wenn die Harmonika aufgezogen wird. Schauen wir uns kurz an. Also der naturweiße Leinenbalg und die dunkelblauen Balgstreifen sowie die glänzenden Kronbeschlägerunden das Gesamtbild dieser Harmonika sehr eindrucksvoll ab. Die Bergkristall ist mit hochwertigen Tipo Amano 1A Konzertstimmzungen ausgestattet, die eine hervorragende Klangqualität garantieren. Ja, zusätzlich und ohne Aufpreis gibt es die echten Hirschhornknöpfe am Bass als auch am Diskant. Sie garantieren optimalen Halt und ein perfektes Spielvergnügen. Die Harmonika kann natürlich auf Wunsch auch mit dem Profipaket, sprich mit dem H-Bass, dem Akkord und die Mollbässe ausgestattet werden. Möchten auch Sie das Instrument in Natur erleben, so zögern Sie nicht. Vereinbaren Sie gleich einen Termin bei uns in Mollen. Wir nehmen uns gerne Zeit für eine kostenlose Beratung und freuen uns schon auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.hansgrohe.com